Hallo, willkommen zu Human Fall Flat, gemeinsam mit, ich hoffe, ich höre es Ihnen keine Namen über uns. Echt ein Stick, ach du spielst mit Tastatur, komm Rikki, geh nicht. Ich versuche die Leute Uzu zuordnen. Mel ist Lethal Company bestimmt. Ja, hallo. Ich will, ich will diese Welt verlassen. Richtig, richtig. Waaat. Das ist Johnny. Au. Oh nein, das ist Johnny. Das ist Boggy, der mit dem Bart und ohne Gesicht und der komplett nackt ist Rikki. Ich hatte keine Zeit, mir was einzustellen. Komm, wir schlagen. Du kommst jetzt hier runter. Mit Y könnt ihr in Ragdoll-Modus gehen, falls ihr euch selber abrufen wollt. Scheiße. Ne, wo? Mit Y kann ich selbst. Ey, was tut du da? Sieh, ich hab' den Arsch. Warte, warte, warte. Ich helf dir. Ich will hier eigentlich nur raus, aber ich... Wie komm ich denn wieder raus aus dem Ragdoll-Modus? Ach. Warum bist du da so drin, stuck in der Wand? Hallo? Komm her, Tricky, komm her. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mach's mit. Oh nein. Okay, wir haben es geschafft. Au. Wir sind im nächsten Level. Das Spiel ist so ein kleines Parcours-Spiel, wo man so klettern kann und dann hätten sie alles greifen kann und so. Das hier ist, glaube ich, ein Video, was irgendein komisches Tutorial öffnet. Oh, hilf, was? Ich hab's losgelassen, keine Sorge. Ja, du bist das, wenn man das anfasst. Ach ja, wo macht man auf Controller eigentlich den Ragdoll-Modus? Der hat Y gesagt, aber... Tschüss. Ich hab' keine Ahnung. Ach, X, okay. Im allerersten Level gibt's auch irgendwie so'n Voice-Over. Wie geh' ich da dann wieder raus? Mikasa-Esu. Äh, der hört nach kurzer Zeit auf. Oh. Echt? Ja, genau, genau. Ja, sonst könnt ihr greifen halt mit den Händen. Komm mit, Maeve. Reitspaziert. Das mach ich auch. Wir gehen da jetzt rein. Okay, okay. Reitspaziert. Das erste Level ist auch echt nicht lang, aber egal. Ich wollte... Ich weiß nicht, wie das für euch aussieht. Ich kann mein eigenes Gesicht nicht sehen. Hab' knapp gedreut. Schaffst du's, die Tür zu öffnen? Äh. Du hast die Wand gegriffen. Ja. So sieht's auch aus, Freunde. Könnt ihr bitte die Videos außen lassen? Danke. Ja, ich wusste nicht, dass das... Ich wollte was hochgeben. Danke schön. Rikki schaut schon wieder Videos nebenbei. Ja. Oh shit, zwei Knöpfe. Nein. 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 Johnny, lass das los. Das ist jetzt mein Video. Okay. Ihr habt's geschafft. Ich höre nicht auf Autoritäten. Da läuft das Video. Ja, weil Johnny ist drum trägt. Was ist daran so schlimm? Warum? Das ist laut. In jedem Spiel muss Johnny abfacken irgendwie. Das ist so leid. Ich hab extra gesagt, ich... Ich höre nicht auf solche komischen Autoritäten. Hallo. Johnny, komm mal hierher bitte. Du hast das ja nicht gesagt. Maeve meinte das. Johnny, komm mal hierher. Ich möchte, dass du hier an den Phallus rangehst. Du kommst jetzt mit. Warte, ich will gucken, was hier für ein Phallus ist. Nein. Nein, wir gehen da nicht hin. Der hat doch gar nichts. Irgendwie muss man doch hier hoch... Rikki, default skin. Wir gehen da nicht hin, okay? Ja. Okay. Ich mach jetzt einen Knopf. Das schluss ich mir so. Ich versuch schon, die mir zu nehmen. Komm mal mit, mein Freund. Du bist sehr viel weniger stressig, Rikki. Rikki, wir drücken jetzt Knöpfe. Nein, du bist betrunken. Rikki, ich will Knöpfe drücken. Mölf, 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 lass nicht los. Ich will Knöpfe drücken. Ja. Denkst du, du hast eine Chance gegen mich, Mölf? Ich hab hier 400 Stunden in dem Spiel. Ja. Komm. Nein, komm, Mölf. Ich hab den Knöpfe gedrückt. Die Tür bleibt auf. Wir gehen durch die Tür gehen. Wir gehen durch die Tür. Wir werden das leben. Nein, ich will nicht hinziehen. Nein, nein, nein. Oh nein, ich fahr dran vorbei. Was? Mogi, du musst mir helfen. Bitte, bitte, Mogi. Nimm meine Hand. Was ist mit meinem Arm? Ich glaub, mein Arm ist gebraucht. Mogi, komm her, komm her weg. Lang lebe der König. Wir machen jetzt so einen Reisevlog. Wusstet ihr eigentlich, dass es das 16 meistverkaufteste Spiel der Welt ist? Was? Über 40 Millionen Mal. Ich hab das richtig gerne immer gespielt. Sogar wo es schon Singleplayer war. Keine Ahnung, irgendwas mit dummer Steuerung und so. Wurde mehr verkauft als Smash Bros. Ultimate. Und Breath of the Wild auch. Endlich. Ich hatte keine Ahnung. Aua! Aua! Ich hab Johnny gegriffen, aber ich will den Müllcontainer greifen. Au, Hilfe! Wollen wir mal ein bisschen hübs? Kann man die auch gut ziehen, die Sachen. Und irgendwann kommt ein zweiter Teil, das freue ich mich auch schon riesig. Willst du rein in den Müll? In den Müll, in den Müll. In den Müll, 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 in den Müll. Was macht die da? Wiiiii! Ich zieh den Zug. Warte, ich zieh, ich zieh, ich zieh. Kann ich raus, ich ragdolle gerade, okay. Ich zieh's noch zur Seite. Yes! Wuhuu! Let's go. Boah! Achso, und wenn einer vorläuft, kriegen wir immer die Checkpoints von den anderen. Also gut, 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 wenn wir ein bisschen zusammenarbeiten, maybe. Hier muss man die Züge aus dem Weg schieben, hat irgendwer schon gemacht. Aber konnte man sie nicht so hochziehen irgendwie? Hilfe, ich bin in eine blöde Situation geraten. Mit der Kamera, oder? Ja, Pech. Oh, oh, oh. Scheiße. Maeve, ich muss beide Hände benutzen. Beide Hände benutzen. So, ihr haltet den fest und dann ziehe ich euch nach rechts. Eine Hand rechts, oder? Das ist mit nach rechts. Okay. Ja, genau, genau, genau. Sehr schön. Einer. Oh, Mogi, Mogi ist da richtig am Flächern. Der will da ganz oben rüber. Mogi, jeder hält's hoch. Ich mach mal leid. Du warst so knapp davor, richtig zu klettern, Mogi. Wenn du, guck mal, wenn du eine Wand packst und dann die Kamera nach unten drehst, dann ziehst du dich hoch. Oh. Aber wie kann ich den nächsten Arm dann unabhängig vom anderen noch höher machen? Das geht nicht, oder? Schwer. Ja. Shit. Okay, so. Und dann... Oh. Entschuldigung. Naja, wie auch immer. Okay, Liki. Komm mal, Jogi, ich schwebe. Ich schwebe. Wir müssen alle die gleiche Säule versuchen, an der ich's versuche. Das ist okay. Nur so ein bisschen, oder? Wir müssen ja oben drauf sein. Nee, nicht so weit... So kommt man doch gar nicht auf den Zug drauf. Maeve, lass mich auf. Du musst... Warum spring... Ich will versuchen zu klettern. Warum springst du klettern? Es tut mir leid, ich habe einen Arm um deinen Hals. Ich will einfach wünschen aus Overwatch. Ja, ja, ja. Das hab ich auch mal richtig geil gemacht. Das hab ich so... Ja, ihr müsst den Zug noch ein bisschen nach links. Irgendwie geht das nicht. Na, ich verstehe es auch nicht. Naja. So? Okay, okay, okay. Ja, wir machen den Film. Dann funktioniert nicht. Ja, das kann aber noch richtig erklärt mit dem Video. Kommt noch. Endlich können wir... Dann schauen wir auf einmal Videos an, oder was? Ja, dann schauen wir die Videos doch. Das schaffe ich. Für ein Hallo hatten wir keine Motivation. Au, au. Komm mit, Johnny. Nee. Komm mit. Das kommt mir gar nicht in die Tüte hier. Also so hochziehen, so halbwegs schaffe ich es schon, aber... Man kann auch... Wenn man es richtig kann, kann man auch alle Wände im Spiel einfach hochklettern. Aber dann skippt man halt einfach das gesamte Spiel. Krass. Ja, gut. Fuli drückt die Knämpfe wie der Eins. Äh, er dazu. Ja. Ich schaffe den Sprung. Fuli, ich bin gestürzt, hilf mir. Warte mal. Ich helfe dir, Alter, Mann. Nein, nein, nein. Okay. Ab, zu. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Ja. So, bis hierhin. Das schaffst du, oder? Gamer. So. Warum stellen sie mich zurück? Wir müssen weiter, Fuli. Wir müssen weiter. Nein. Warum schläfst du ihn einfach? Ich muss alle aufholen. Ich habe keine Kraft in meinem Körper, Johnny. Ich habe das... Hilfe. Okay, ihr beide macht das schon. Ich finde, Fuli soll es ein bisschen mehr stretchen sein, als er gerade ist. Oh, seid ihr da? Ich... Ich habe dich. Nein! Ach, hier gab es den Raum, aber wie kam er da rein? Ich nehme ich mit. Geh durch? Uh. Ich habe dich. Okay, nächste Treppe. Okay, ich gehe mit. Wo bin ich? Ich glaube, hier geht es nicht weiter, Jungs. Ah, okay. Pass mal auf. Yeah! Boah, da hast du es mir echt gezeigt, Mann. Jungs, wo ist das Level? Das ist schon ein großes Stück. Wo seid ihr denn? Ich komme mal zu euch. Ach so, ich weiß. Ich weiß schon. Gib mal her, die Lampe, Maeve. Ihr habt doch da oben so ein Ausgangsschild. Maeve, ich bin ziehen, Moggy. Maeve, hier, unten. Gib mal her. Ich glaube, das kannst du nicht ziehen. Ich habe es vorhin schon mal versucht. Zieh! Hab ich sie? Ja. Siehst du jetzt in die falsche Richtung? Oh Gott, nein, ich zieh mit, John, ich zieh mit. Da vorne hängt die Lok, ich glaube, das geht nicht. Könntest du das Prinzip von abgeschlossenem System, Moggy? Hab ich die? Ich bin im Zug! Ich bin in der Lok hier drinnen. Nee, abkoppeln. Wie bin ich da reingekommen? Ja, Maeve. Ich glaube, wir müssen auf den drüber klettern, einfach. Den hier so ein bisschen näher schieben, dann. Ja, aber dann kommt man nicht mehr drauf, oder? Du hast ihn. Ja, noch kommt man drauf. So. So ein bisschen springen, einfach. Ich schieb ein bisschen hoch. Oh. 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 Ja, okay. Ich wünschte, ich könnte sprinten. Warum legt ihr ein Video? Hold a column while walking on the platform. Keiner, was das erklären will. Oh, ich schwank so rum einfach. Ja, man fühlt sich irgendwie sehr betrunken. Nein! Wie Maeve gestern nach der Cocktailbar. Jo, wir haben sie. Warte, ich zieh dich erst mal hier auf den Zugang. Jetzt will wir uns umarmen. Okay. Ja, ja, ja. Oh, klar, klar, klar. Oh, okay. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, oh. Oh, oh. Ich sehe schon, dass die gleich aus dem Level gehen. Ja. Oh, nein. Die Quest war verloren. Oh. Wer ist schon wieder vorbeigefallen? Johnny. Level 3, Knöpfe. So, was hast du mal? Hey, 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 hey. Die kannst du hochheben, indem du nach oben fuchst. Rikki, du bleibst jetzt da. Wir nehmen die Kiste mit. Nein. Mach mal die Tür auf. Ja, das ist ein Knopf. Hallo, hast du dich Portal gespielt? Die Kiste muss auf den Knopf. Die kannst du dich aber mitnehmen. Mach die Tür jetzt. Ich will da jetzt durch. Lass mich da durch. Okay, okay. Okay. Danke, Rikki. Du bist eine gute Kiste. Ja, wir sehen uns, wenn ihr das Level fertig habt, ne? Ich halte die Tür offen. Ich halte die Tür offen. Okay, warte, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja, weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Ja, tschüss, Rikki. Warte. Ich mach's nicht. Wir haben einen Fahrstuhl gerufen. Ich kann vielleicht hier zurückklettern. Ich hole dich, Rikki. Mach mal die Kiste auf den Knopf. Warte. Rikki, Rikki, Rikki. Ich drücke den Stopp. Achso. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Ich halte offen. Ja, versuch so, beide Wände zu greifen. Innen und außen oder so. Das macht die Scheiße auf. Warte. Ja, greif die Wände. Greif die Wände um die Tür herum einfach, sodass dein Körper das Body blockt oder so. Genau, genau. Ja, okay. Komm. Komm, schnell. Komm. Okay, okay. Ich bin so fett. Okay, jetzt. Ich nehm's. Gib's hier hoch, Maeve. Oh, mein Gott. Teamwork. Ich hab dafür ne Teamwork. Ich hab dafür ne Teamwork gekommen. Gib mir ne Kiste hoch. Sehr gut. Nee, nimm deine stinkte Kiste. Wo ist das denn, Maeve? Maeve, gib mir die Kiste. Hast du wohl meine Arschloff? Nein. Nimm deine stinkte Kiste hier weg. Denk man ja auch nicht mehr haben. Nein. Oh, häng mal noch an euch dran. Was ist das, Fully? Ciao, Jungs. Oh, die Tür ist offen. Guck mal, so einfach sind die Rätsel. Yeah. Aua. Fully, wacht und wir blödeln alle rum. Und ein weiteres Rätselglück. Ich hab das gemacht. Tschüss. Danke, Fully. Bitte. Johnny, du bist so gut gesprungen. Du bist am Ausgang. Hier muss die Kiste lang. Bist du von mir, Maeve? Aber die Tür ist halt auch schon offen. Hier muss die Kiste lang. Ja, weil Fully auf dem Knopf steht. Komm doch mal. So, ja, das ergibt Sinn. Das ist dann ja voll einfach zugegeben. Ich lass mal jemanden, ich lass mal den Paarstuhl runter. Ja. Dann mach ich Rikis Arsch, komm mal mit. Sag mal. Dafür brauch ich ne Kiste. War runter, ja, ja. Oh, Rikki. Warte, ich nehm dir die Kiste ab. Warte. So, hier. In die Kiste. Ja, hab ich. Teamwork. Ja. Dann nehmen wir die mit Rikki. Nee, Rikki, weg. Lass die, Rikki, lass die Kiste los. Nein. Rikki, geh weg. Das ist nicht Rikki. Die Kiste wird mitgenommen. Komm mit, Rikki. Komm mit. Der Schalter ist da drüben, oder? Ja, der Schalter ist von der anderen Seite. Wir haben die Kiste aber nur mitgenommen. Wollen wir nicht die Kiste da hoch... Oh. Ich dachte, wollen wir die nicht auf den Waggon hier rauf machen? Können wir, ja. Und dann fahr ich rüber und dann kann man sie da drüben auf den Schalter bringen, weil ich schon das Level schaffe und so. Ja, Johnny ist, glaube ich, eh schon hinter der Ausgabe. Also, ich hab's schon gelöst, falls ihr das... Pauli, lass mich los. Falls ihr wollt, kann ich das Level beenden. Nee, nee, nee. Lass mich noch ein bisschen machen, Johnny. Okay. Ganz kurz. Wir müssen ihn da runter holen, Jungs. Pauli, lass los. Ich will die Kiste doch nur oben drauflegen. Ah, okay. Nein. Oh, okay. Was? Naja, danke. Da haben wir alle sehr viel Spaß gehabt jetzt. Hey, das war ich nicht. Die Level werden eh anspruchsvoller, oder? Nee, der Anfang ist egal. Hey, warum sind wir jetzt hier? Hey, haben wir das Level abgeschlossen? Ja, ja, ihr habt wahrscheinlich seid ihr in den Bereich gefallen, wo das Level vorbei ist, ja. Okay. Aha, wieder ab. Ich hab mich nicht mehr sehen. Okay. Ich dachte, du wärst ins Ziel gelaufen. Hier in dem Level, der Klettern erklärt auf jeden Fall. Ich freue mich. Da unten ist das Video, das erklärt Klettern, glaube ich. Nimm mich mit. Wenn das jemand anguckt. Ich hab keine Energie in meinem Körper. Oh, du bist... Oh mein Gott, bist du schwer, warte. Ich, ich, ich schaff das nicht mehr. Nein, ich bin runtergefallen. Ich mach das Video an. Ich brauche einen Schluck Wasser. Okay. Bring mir ein blaues Powerade, bitte. Das brauche ich jetzt. Sonst versuche ich dich zu schwingen oder so. Blaues Powerade. Ja, guck, guck, so kletterst du, Moggy. Ich glaube, man fällt ziemlich flach, tatsächlich. Guck mal, das bin ich in dem Video. Das stimmt. Das ist einfach Riki. Riki, das ist einfach wie Yoga. Riki, er ist... Nein, 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 nein. Jetzt werden wir vom Fernsehen. Das ist zu viel Bildschirmzeit für dich. Ah, wow. Hände hochheben. Oh, Hände hochmachen. Ja, so läuft es bei mir auch. Festhalten und dann runtergucken. Nach unten, um dich nach oben zu ziehen. Ich habe auch schon die Mausempfindlichkeit höher gestellt. Uh. A und O auch noch drücken, okay? Das ist das A und O. Ist das so einfacher, Moggy? Also, ich bin bisher noch nicht erfolgreich geklettert. Man braucht es eh nicht. Einmal hochziehen reicht. Wo seid ihr schon? Ich sehe dich schön an mir oben. Oh, die shit. Nein. Oh, hi. Da kannst du dich hochziehen, das schaffst du. Die Jungs. Genau. Moggy, jawoll. Ich muss hoch. Ja, ja, ja. Okay, einfach nur eine Kante hochziehen. Ist super einfach. Ja, genau. Das Klettern an sich ist nur... Einfach immer Hände und Wanne. Aber ich glaube, das Klettern war wahrscheinlich auch nicht intended, oder? Das Klettern ist nicht so intended. Ja, aber es wird nie verwendet als gezwungene Mechanik, dass man irgendwo so richtig... Ja, aber die wissen, dass das existiert und ich denke, die haben das schon bewusst drin gelassen. Was ist, Maeve? Kannst du den hier rüber schieben? Was ist hier für ein Video? Oh, weil es bringt nichts viel. Oh Gott. Achso, es ist einfach nur, dass man springen muss vorher. Höher. Ich weiß ich. Ja, weg mit dem Video. Wer schaut denn Videos heutzutage? Niemand. Ich kann euch von hier oben sehen. Seht ihr mich? Hi. Hui. Also wir hören... Achso, wer guckt schon Videos und wie davor gucken keine Videos und... Oh ja. Wir brauchen die Videos auch nicht schauen, weil wir einen Klugscheißer bei uns haben. Ja stimmt, Johnny. Ich meine, wenn du mich angesprochen fühlst, dann würdest du seinen Grund haben. Ja. Juhu. Soll ich dir helfen, Johnny? Nein. Sieht aber aus, als bräuchte es dir Hilfe. Ich war schon da oben und ich dachte, ich muss den da rüber schieben. Riki, wie läuft es bei dir? Läuft gut? Gut, gut. Aber wenn wir da hochkommen, ist das die coole Stelle. Wehe, du machst es ohne uns, Pulli. Nee. Riki, ich habe keine Energie mehr. Oh nein. Moggi. Keiner wird zurückgelassen. Miemann wird zurückgelassen. Miemann. Der Blutzucker ist zu nichts, Riki. Ich trampel irgendwie. Nein, ich will dich Händchen halten, Riki. Ach komm her, mein Süßer. Wie nen Süßen. Wie nen Süßen. So. Warte, ich nehme ihn hoch. Warte, warte. Ich komme hoch. Nimm meine Hand. Nimm meine Hand. Warte, ich nehme dich. Danke, Riki. Warte, 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 ich nehme von unten an. Schiebe hoch. Jawohl. Yeah. Wir haben ihn. So. Oh Gott. Guckt euch die an, wie die Profis. Oh Gott, mein schönes Haus. Das ist O-Gier da drüben. Äh, wir wollen nicht auf die rechte Seite. Oh. Können wir jetzt so baumeln? Von Bojack Fairtouch online. Ziebe mich hoch. Mev winkt so. Juhu. Juhu. Hey, hier oben. Geh mal weg, Riki. Okay, danke. Yeah. Oh. Juhu. Hallo. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Aber ich kann ihn nochmal wegschieben, wenn du willst. Mev, findest du nicht, dass du so aussiehst, als könnte ein Acht? Er fällt, wenn ich klette, dann will ich mal nach hinten zurück. Ja, da kann man nicht treten. Mal schlagen. Könnt ihr jetzt da durch? Ich. Jetzt können wir. Ja, so halb. Nee, nee. Soll ich in die andere Richtung schieben? Okay. Spokse ich. Äh, wenn das sei nicht schwer, ne? Können wir loslassen? Ja, das ist irgendwie gerade. Der macht dann richtig wütend. Wenn dieses Seil nicht wäre. Ja, ganz gemütlich schiebe ich weg hier. Das Kletter würde ich gerne hinkriegen. In jedem Spiel muss ich irgendwie abfacken. Wenn er so treuert und dann so grinst mit diesem Gesicht. Mev kriegt wieder das Kotzen aus Double Dash. Das war uralt damals. Die Gefühle habe ich bis heute noch. So sehe ich dabei aus. Da hat der Sprung gefehlt. Was ist denn da jetzt denn so? Nicht mal in den Kopfhaut. Johnny, Johnny, noch nicht. Noch nicht. Warte doch auf die Jungs. Ja, ja. Ja. Tja, wer ist besser gesprungen? Ricky, pass mal auf. Yeah. Naja. Wir sitzen Ricky schon wieder am Anfang. Nein, nein, nein. Mogi und Ricky sind hier. Ach, Mogi auch noch da? Ja, ja. Ich versuch die. Ich hole die her. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Mogi ist der ohne T-Shirt. Ja, warte. Mogi, ich kleck auf der anderen Seite hoch. Da musst du da oben nicht springen. Oh ja. Yeah. Oh nein, ich habe es wieder getan. Bist du runtergefallen? Warte. Nee, nee, nee. Ich verstehe schon, warum du ein Letzchen an hast. Ich bin die Vollklecker im Vergleich zu dir. Ich bin, ich bin nur ein bisschen angekleckert. Hallo? Nein. Ich mag, dass das eine Kabel zwischen uns sich die ganze Zeit rotiert. Miau. Okay, jetzt. Jetzt sind die Arme vor, bevor man los springt, schon oben zu haben. Hallo, hier oben. Ach Gott. Ich kann die auch nicht schieben. Nein. Pass auf. Oh, hier noch. Bleiben können. Ich trage dich gleich hoch. Wer? Wir haben es gleich. Ich treffe dich. Moment. So. Nein, 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 nein. Nein, nein. Die anderen sind hier gleich da. Werfe ich jetzt nicht runter. Okay. Ich bin ein Kilometer weit gereist. Hallo. Hallo, mein. Johnny, zieh mich. Hey, Rigi. Rigi. Zieh mich. Ich muss nur sehen, ich will sehen. Zieh mich. Es geht nicht. Ja, ich hab dich. Jetzt go. So, alle ans Seil. Nee, warte. Können wir aufs Pummel noch warten, kurz? Nee, ja, klar. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ist gut. Alle ans Seil. Hallo. Die Versichung backt übel rum, wenn mehrere Leute da dranhängen. Perfekt. Dann schwingen wir los. Abfahrt. Okay. Okay, dann wollen wir schwingen. Ich hab euch gewarnt. Oh, oh. Ist natürlich gut, dass ich so weit oben hänge. So kann ich gut abspringen. Oh, verdammt. Nein. Ich kletcher da oben. 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 Weißt du, wir haben die ganze Zeit da gewartet und dann scha... Oh. Naja. Wenn du's hast, dann kannst du dich hochziehen. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das war unfair. Ich hing ganz oben am Seil. Ich bin hier neben dir. Ich seh dich. Ja, ja, ja. Okay, ich hol dich dann. Nur meinen Kopf. Warte. Was ist los? Geh hoch. Ich sag ihr. Nein. Mir kann da noch was fehlen. So. Jetzt muss ich loslassen. Okay. Helft mir mal hier. Ich muss die Jungs hochkriegen. Helft mir mal. Helft mir mal. Zieh doch mal. Helft mir. Wir machen es wie im End. Okay. Yeah. Juli hat mich bei den Eiern. Das ist wie im End. Jetzt muss man nämlich das Seil auch weiter unten. Und ich hab den Boden gekriegen. Okay, Jungs. Ich fang euch auf, wenn ihr hier drin seid. Ich bin hier drin gehalten, Juli. Das sind mehr Streichhölzer als ein Seil. Johnny ist von drüben. Ich zieh euch hoch, wenn ihr es schafft. Okay, okay. Wie bist du rübergekommen? Man kann auch unten lang gehen ohne Seil. Ich bin nicht draußen rumgegangen. Let's go. Geronimo! Ich sping mal weg, damit ich vernünftig schwingen kann. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Meine POV war so cool. Oh nein, da hängen sie. Was soll ich machen? Ja, das war es noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Noch ein Stückchen. Rikki! Ja, jetzt haben wir Schwung geholt. Rikki! Ich komm da nicht hin. Nein! Ich versuche mal ein Seil zu gehen. Ich schwing noch weiter. Ich schwing noch weiter. Ihr könnt doch mal ein Seil klittern. Zombie ist noch am Seil. Ich halte das Seil für euch. Ich bin das Seil. Ihr könnt immer wieder am Strand springen. Achso, ihr könnt erst mal Schwung holen. Ja, dann schafft ihr das. Dann schafft ihr das sogar, bis nach ganz oben zu schwingen. Wie hast du das anders geschafft? Außenrum. Hier, diese Steine entlang. Hä? Wie kommst du? Da kommst du doch gar nicht so weit, oder? Doch, doch. Ich schwing noch das Seil. Das Seil ist noch eine Option. Man kann legit einfach springen. Danke, Rikki. Au, meine Haare. Das seht ihr weit weg. Wo bist du, du Fully? Du bist gar nicht da. Ich zeig's dir aus. Der schwingt da hinten. Fully ist runtergefallen. Oh Gott. Warte, sollen wir jetzt ans Seil alle dranspringen? Oh Gott. Ja, ihr könnt am Seil erst mal Schwung holen, ein paar Runden. Dann schafft ihr's, glaube ich. Guck mal, so geht das. Oh mein Gott. Rikki hat's wirklich geschafft. Du musst ein bisschen runterklettern, Rikki. Ja, oder? Dass du gut Schwung kriegst. Oh Gott. Ich hoffe, ich schwinge hier noch eine Stunde hin und her. Ihr könnt übrigens auch einfach außenrum gehen. Ah, der Moggi. Da kommt er. Ja, ich bin beim Seil daneben gesprungen. Das Seil hat seine Zeit gehabt. Das war nicht so gut. Ich glaube, wir sollen den normalen Weg nehmen. Warum liegst du immer oben? Nur herum. Ich verliere sehr schnell die Energie aus meinem Körper. Oh, ich rieche los. Ich dachte, ich habe Johnny gegriffen. Was ist gerade passiert? Ich glaube, wir wollen das machen. Ich... Ey, ey. Ich dachte, ich habe ihn gegriffen. Ich lag aber leider falsch. Ich ziehe den Wagen wieder zu euch. Ich würde eher sagen, du lagst flach. Nee. Okay. So, alle rauf hier, Kenners. Wir gehen weiter. So, Kenners. Ja, los wohl die Räuberleiter. Feierabend, Emma. Nein. Doch, jetzt ist Feierabend, Ricky. Alter, Ricky, da muss man einfach nur springen. Da muss man sich nicht mal... Nein, da kommt man rüber. Äh, Y. War das nicht auf beiden dasselbe? Nein, auf Controllers X. Die Flasche zwischen meinen Beinen sieht sehr merkwürdig aus. Oh Mann, es hätte Y sein können. Irgendwo ist das. Da hat gerade ein roter Ball hinten aus dem Arsch. Gute Arbeit, fulle Flasche hier. Ob so. Ja. Oh ja, danke, Fuli. Gutes Gegengewicht. Reicht das? Nein. Ich glaube, wir müssen nach da links, oder? Ich glaube, ich kann da irgendeinen Zug runterschieben für euch. Weil sie nach links wollt. Schieben, 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 schieben. Aua, du überfährst mich. Au. So, perfekt. Zombie, guck dir an, was du mit mir gemacht hast. Willst du hochspringen, Fulian, bleib ich stehen. Warte, ich schiebe dich hoch. Warte. Jetzt. Geh noch hoch. Ich halte dich. Ach so, jetzt müssen wir, wir müssen auf die andere Seite jetzt. Ich schaffst das. Mogi, du musst da hoch, wo du stehst jetzt. Warte. Mach nochmal hoch. Brauch ich ein bisschen Gegengewicht. Ich schiebe nochmal hoch. Das ist runde auf meine Hälfte rüber. Deine Hälfte? So umarme ich dich schon wieder. Steingleiter so dir, okay. Ja. So. Das ist meine Hälfte. Pass mal auf, jetzt geht's los. Warum macht ihr das gleich? Yeah. Alles klappt? Okay. Oh mein Gott, ich bin sogar einfach... Nein. Wieso bin ich so weit gezogen? Es klappt einfach. Lass doch mal los, Fuli. Oh, mein großer Moment. Fuli, da. Moment. Jetzt. Oh. Mogi ist in Führung. Mogi ist in Führung. Man springt nie so weit, wie man denkt. Das ist die Sache, die ich gelernt habe. Mogi, rette mich. Mogi, rette uns. Ich weiß nicht wie, ehrlich gesagt. Park uns. Warte, warte, warte. Ja, halt dich fest und tu deine Beine einfach runterhalten, genau. So. Und dann zieh dich hoch. Dann hast du... Oh, du brauchst beide Arme oben, Mogi. Okay, okay. Oh, sehr schnell. Was? Das ist Johnny einfach in so hoch. Lass dich das gehalten. Nee, nee, das war ich selber. Okay, Johnny. Gerne geholfen. Das wart ihr nicht. Hier. Greift meinen Arsch. Ich habe Maves Arsch. Reicht das? Nee. Fuli will nicht. Wir setzen uns erst mal hin. Nee, nicht alle gleichzeitig. Na? Zehn. Erst mal ein bisschen chillen. Das sieht wirklich aus wie zum Knopf von Lukas oder so. Oh ja, ich gewinne jetzt erstmal die Sonne. Zieh uns hoch. Sobald ich wieder aufstehen kann, versuche ich euch zu helfen. Ja, 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 ich bin oben. Ja, ja. Ja, ja. Einfach hüpfen, einfach hüpfen. Okay. Ja, ja, ja. Nein. Oh Gott. Nicht Wunderfall, nicht Wunderfall. Wunderfall. Vorsichtig. Teamwork. Alle sind gemeinsam oben. Und jetzt schmeiß mit Johnny runter, kommt. Ich war auch mein erster Gedanke. Das ist, komm, er hat mal Johnny runter. Hält sich fest. Das war nichts. Das wird nichts richtig. Schmeiß ihn runter. Du machst das, Ricky, du machst das. Nee, nee, ich habe Angst. Warum? Wo hast du Angst? Oh Johnny, das muss aggressiv. Ja. Na, das stimmt. So, willkommen in meiner Villa. Oh, ist das schon ein Wichs-Villa? Ist das schon ein Wichs-Villa? Oh, das wollte ich auch nochmal öfter anmelden. Eine Wichs-Villa? Ja. Wenn ich mir gleich mal die Taschen vollen... Ups. Entschuldigung. Wo geht's hier raus? Ups. Und Fernseher? Ich nöt die Lautsprecher mit. Los geht's. Level vorbei. Oh, oh. So, das Level ist jetzt huge. Ich bin so unsanft gelandet. Holy shit. Wollen wir hier die Scheibe nicht immer kaputt machen mit Emmas? Ja. Kann man auch die Bretter wegmachen. Einfach dran ziehen, Ricky. Wir ziehen an der Scheibe, wenn sie kaputt geht. Du hast den Kampfstock. Ernst einschlagen. Warte, ich muss das Anlauf nehmen. Jawohl. Sehr gut, May. Ich helfe dir, Morgi. Zack. Nehmen wir die Matratze mit. Yeah, wir gehen zum Sportunterricht. Spring lieber auf die Matte. Du, Kran. Wir haben Feuerlöscher mit, falls wir da einer brennen von uns, ne? Warte, wir gehen von den Matten hier rüber. Morgi, Bagger fahren. Mit ne Abrissbirne. Ey. Komm schon. Nein. Oh. Nein. Hier ist ein Feuerlöscher. Au. Danke, Fully. Ich bin zurück, Ricky. Jetzt schnapp ich mir die Birne. Pass mal auf. Ja, schnapp ich mir eine Birne. Yeah. Gaming like a wrecking ball. Oh, und jetzt wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Au. Hi, Ricky. Scheiße, ich brauche mehr Matten. Für was brauchst du Matten? Warte, ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch. Ich will einen Mattenwagen. Ich kletter gleich wieder. Runter vom Mattenwagen. Au. Und da ist niemand dran an der Birne, oder? Ja, warte, warte, warte. Wer diesen Satz in seiner Schulzeit nicht gehört hat, der hat nicht gelebt. Jetzt. Schwingt mich um her, Morgi. Ich komme mit. Oh, doch nicht. Schwingt jetzt nach links. Ich weiß nicht ganz, was er macht. Ja, schwingt nach links. Das mache ich nicht. Jetzt wieder. Okay. Ich bin drin. Das ist nicht so aufregend, wie ich dachte. Die Steuerung ist ein bisschen nervig. Hallo, Morgi. Verdammt. Hallo. Ach, Entschuldigung. Ich bin drin. Let's go. Morgi, mach mal den Ball hier rüber. Was ist das hier oben denn? Yes. Warte mal ein eigenes Mal. Ich habe da oben da oben ist irgendwas, glaube ich. Ich gehe mal gucken. Warte, Riki, ich gehe mit. Komm mit, wir machen ein kleines Abenteuer. Wo ist Maeve? Aber kein großes Abenteuer, nur ein kleines. Ein kleines Abenteuerchen. Vorsicht, dass ich nicht die Treppen runterfalle. Hier, hier, hier. Die Treppen, wo Johnny hochgegangen ist. Ja, aber hier drüben sind auch Treppen. Ich gehe die andere Seite hoch. Kletter nicht zu weit vor, sonst ist das Kollege noch irgendwo ein Checkpoint oder so. Mehrere Abenteuer. Ein Multifunktionsabenteuer. Ich bin zu euch. Haltet jemand ein Taschenmesser? Ja. 20 Korkenzieher oder? Das ist alles, damit ich Leuten wie dir zeigen kann, dass ich zu viel. Fragen stellen. Ich habe letztens auf Amazon geguckt und die überbieten sich alle. Irgendwie so 1 in 147 Funktionen und sowas. Eine Mülltonne. Man sollte einfach mal wieder Zwischenisse kaufen. Aber hilft es einem auch, in Human Fall Flat zu klettern? Oh Gott, Riki. Komm, ich weiß genau, wo diese Mülltonne hingehört. Das geht nicht. Riki ist zu schwer. Sieh mit. Die Räder sind da runtergefallen. Ja, aber das war Riki. Oh, okay. Jetzt kann ich in die Mülltonne rein? Ja, aber kann ich in die Mülltonne rein. Ich häng fest. Ja, aber ich weiß nicht, wie man eine Mülltonne öffnet. Warte, geh mal runter nach Fettzack. Nein, ich öffne sie doch. Ich häng fest. Scheiße. Ich mache es nicht für euch auf. Du kannst doch so eine Sette hochziehen. Jetzt habe ich sie aufgemacht. Jawohl. Rein damit ihr. Kannst du doch hier eine Sette hochziehen. Ja, rein! Okay. Und nun? Jetzt fahren wir euch vom Haus runter. Lass mich rein! Jemand muss uns in dieses Loch da reinschieben. Nein, von mir. Das hier rechts. Riki, kommst du noch? Nein. Warte. Vorbereit. So. Fuck. Dann. Ja. Rein mit dir. Ich habe es geschafft, er darauf stabil zu bleiben. Also, ihr könnt einfach rein springen. Lass mich nochmal los. Lass mich nochmal los. Aber, wenn du den Rad hier packst, dann kannst du dich easy rein. Ja. Ja, genau. Mit Anlauf ging es. Warte, ich helfe bei der Mülltonne mit. Aber die Mülltonne steht gerade stuck. Die ist schon wieder mit dem Rad so unten. Ja, warte. Hier packen. Ich glaube, du musst mir hochheben helfen auf der Seite. Oh ja, oder hochheben. Ja, hilf mal, Johnny. Könnt ihr mal auf die andere Hälfte der Mülltonne gehen? Im Inneren? Dass die Seite nicht so schwer ist. Vielleicht. Oder so. Ja, ja, ja. Hast du das geschafft, ihr Mädels? Warte, wir müssen, warte, stopp, stopp. Wir müssen den Deckel dazu machen. Wir müssen den Deckel dazu machen. Ich will ein bisschen, äh, drei Minuten im Himmel. Upsi. Wir müssen den Deckel dazu machen. Wow. Psycho, Mann. Hey, die Mülltonne ist wieder da. Ja. Wieso sind wir hier? Das ist doch scheiße. Ich lebe euch die Mülltonne runter. Oh Gott, wo muss man denn jetzt hin? Das müsstest du jetzt gerne. Ich laufe dir einfach hinterher, wenn du es weißt. Ich gebe es in den anderen beiden rüber. Ich wüsse nicht. Wir sind hier oben auf dem Ländler. Habt ihr uns nicht auf dem Dach gesehen? Wie? Ich habe euch drüben gesehen. Ah, schon nie. Reki, spielen wir das Level? Reki ist auch bei uns. Hier drüben ist sowas, äh, ich glaube, ich muss hier durch, durch das Tor. Wir fernspielen hier das Level, wir spielen noch auch, oder nicht? Ich spiele Videospiele gerade. Wir sind ganz oben auf dem, ganz, ganz oben. Da bin ich auch gleich. Gleich habe ich die Wand eingeschlagen. Alter. Ich bin im Bagger die Wand eingeschlagen. Let's go, Reki. Jawohl. Ich gehe gucken, was hier drüben abgeht. Beichern? Ich gehe gucken, was da drüben abgeht. Jawohl. Baggerfahrt. Okay, Reki löst das Rätsel. Ja, wir nehmen jetzt die Kiste. Ich fahr nur Fahrzeug. Dann mit der Kiste. Ich sehe einen Knopf da hinterm Glas da hinten. Ja. Ähm, naja, du kannst mich einfach an den Bagger da rüber heben. Die Leitern funktionieren nicht so, wie Leitern funktionieren sollen. Wenn du dich drehst, also wenn ich mich da dran hänge? Ja, 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 ja. Weißt du? Aber du musst doch die Kiste rüberkriegen. Oh, jetzt bin ich auch oben. Ja, ich kann auf einer Hand die Kiste fassen, auf der anderen sind die Bagger. Oh, mein Gott. Es hat nicht gereicht, John. Es hat nicht gereicht. Probieren wir es wohl noch mal, was? Da unten ist ein Schalter, glaubst du nicht? Wir müssen jetzt treffen. Oder wollen wir zu den anderen einfach gehen, Reki? Es ist wirklich hilfreich, die Arme erst hochzustecken und dann... Ich will gucken, ob das funktioniert. Die Idee klingt aber zu lustig. Ja, 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 okay. Ich fang fest. Ich helfe dir. Ich habe die Kiste. Ja, warte, ich muss erst in den Bagger einsteigen. Aber dann habe ich die Kiste noch nicht. Komm schon. Nein, du bist nicht mal abgesprochen. Ja, die Rohre sind scheiße, weil die so abgerundet sind. Okay, nach rechts schwingen. Weißt du, okay, große Stärke. Ah, da ist ein Maximum hier. Aber verdammt. Aber, verdammt. Hat er gleich schwingt, oder ist der mal rübergeschwungen? Er hat's. Er hat's. Oh, irgendwer ist bei uns. Nee. Huli ist hier gelandet. Hi. Hallo. Ich bin durch die Lücke gerutscht. Ist es so schwer auf den ganzen Lampen? Okay. Reki. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist viel zu früh gesprungen. Nein, nein, ich wollte auf den zweiten Sprung machen. Ich wollte zweimal springen. Oh. Sonst falle ich runter von den Rohren. Ja. 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 Und nein, hier muss man erst ein bisschen aufpassen, damit man nicht beim Rohr rauskommt. Shit. Damit man sich nicht festhält, bevor man sich festhalten will. Geht's gut? Okay, warte, Entschuldigung. Nein. Nein, das war's, babe. Schon okay, schon okay. Ich will auch gar nicht so. Ich wollte dich nicht erfüllen. Oh, das kann man runterziehen. Lauf jetzt. Los. Anna, mach das ein bisschen drüber in den Kostüm. Ja. Hallo. Nimm mich mit. Okay. Warte. Schnapp sie dir. Hallo, babe. Hallo, babe. Hi. Wo ist ein Fully hin? Ich bin wieder durch die Lücke gefallen. Oh, kann man mit der Kamera auf mich schauen? Was machen wir denn hier? Ich glaube, das ist auch einfach. Oh, das ist ein Schalter. Moment. Ich opfer mich für das Team. Moment, ich muss so kurz zur Küche. Der ist abgebrochen. Ach, der Schalter. Ach, guck mal. Da hinten ist ein Hebel, wenn da jemand durch will. Jawohl. Knopf. Okay, wir können weiter. Nein. Scheiße, aber ihr müsst dafür hier hinkommen. Gute Frage, wo die anderen jetzt sind. Ja, Maeve kann mit. Was machst du, Maeve? Wir machen was mit uns von den anderen. Warum stehst du da oben? Warum ist da nichts mehr? Doch. Oh, wir hätten da diese... Oder? Wenn wir die Kugel auf den Schalterhebel machen könnten, ich glaube schon. Ach, der öffnet die Tür. Keine Ahnung, hätte irgendjemand die Kugel wieder steuern müssen. Warum? Ja, ich weiß nicht wie. Hätte ich das unten angegriffen müssen? Oder gegenspringen? Aber irgendwie... Oh, ich bin hier. Okay. Oh mein Gott. Warte mal. Mach nochmal auf. Ich häng mich da wieder fest. Klick dich mal rein, Mogi. Ja. Verdammt. Wieso ist die Stange hier zu nehmen? Oh nein. Ja, du hast sie, glaube ich. Oh, Mogi. Warte, ich zieh dich durch. Au. Hör dich da raus, mein Kopf. Mein Kopf. Ich kann voll die Stange reinklemmen, glaube ich. Oh, schlau, 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 schlau. Komm, Mogi, ich renne. Das sieht sehr seltsam aus aus meiner Pest. Weder noch Punkt. Ich mach wieder auf. Ich mach wieder auf. Kann man nicht vielleicht... Dankeschön. Kannst du dich vielleicht an die Stange... Warte, hier drüben ist auch ein Hebel. Warte, warte, warte. Ich hab... Ich hab... Okay, Mogi, bewegt man den Hebel? Hier, ich hab die Stange da auf diese Kante gelegt. Siehst du? Ja, guck mal, ich hab den Hebel gelegt. So, jetzt. Ja, guck. Oh, jetzt machen wir Maeve. Physik. Danke. Nee, nee, ich geh jetzt rüber. Ich glaub, wenn ihr den Hebel bewegt, bewegt sich die Plattform. Ich fette hin und her. Guck mal, wie ich hier liege. Wo ist nicht die andere? Da ist Maeve. Bin zurück, Maeve. Hallo. Wir sind beim Ausgang. Guck mal, wo ich hier liege. Warte mal, ich war mit Maeve fast am Ausgang? Ja. Krass. Oh. Äh, warte, die Kiste wieder rüber. Ich glaub, die brauchst du drüben. Ja, ihr müsst die über die Platte nehmen, ne? Ja, da ist Zunge. Oh, hast du den Sprung gesehen, Johnny? Alter, Mogi. Bist du Tarsan oder was? Ich wollte gar nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das war so betrugend. Also, das war perfekt. Oh, nein. Jetzt weiter. Es wackelt. Speichern. Ja. Oh, die bringen jetzt die Kiste hin, wo ich bin, ne? Ne, wir bringen die hier auf die Platte, dass wir weiter können. Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen, Mogi. Go for the... Ja, und mein lenker Arm hängt hinter meinem Kopf fest. Ah, das macht die Tür auf. Ja, das kenn ich. Hast du's? Ja, ja. Du musst die Musik in dem Spiel immer so traurig. Nimm die Kiste mit! Ja, ne? Wie sollen wir die Kiste mitnehmen? Man sollte die Musik vielleicht ausmachen und eine neue. Nee, 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 nee. Ich hab mir das hier offen. Nee, 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 nee. Wir machen das. Wir werden doch die anderen auch mal wiedersehen. Wollen wir das hier auch rein? So, ich hab ja auf jeden Fall schon gut was vorbereitet. Das Problem ist aber, ich brauch noch einen zweiten Spieler. Ich versuch grad rüberzukommen irgendwie. Wir sind bald da. Warte, ich könnte ja eventuell außenrum klettern. Oh, da ist noch wieder eine Tür, die wir auf mir haben. Ah, mein Kopf, mein Kopf, reck ich ab. Wo seid ihr denn? Ihr habt so zwölf Berechnungen gespielt. Was ist denn jetzt? Oh, Johnny! Können wir die Wand geschlagen? Nein! Ich bin auf der falschen Seite. Steine. Jetzt bin ich hier. Ich glaub, das war die Lösung. Ey, wir haben mal die Kiste mitgenommen. Das ist doch scheiße. Oh mein Gott, wie stark. Warte, ich versuch mal zu dir zu... Da ist ein Scheiter bei dir da unten, Johnny. Was macht der? Du hast halt nur auf jeden Fall den Spinat gegessen. Ach, damit hat bei dir hast du die Wand eingeschlagen, oder? Das mache ich raus. Weil ich runtergesprungen bin. Ich hab die Platte ja raufgelegt. Riggi, pass auf. Riggi, rassere ich dich hochfahren. Pass auf. Hab ich gesehen, mein Putti hat das gemacht. Wir haben die Wand eingerissen. Da ist Maeve. Hallo Maeve. Hallo Maeve. Yeah. Ich glaub, ich bin am Ausgang. Oh, da ist der Ausgang, da ist der Ausgang, Johnny. Alter, der Moggi hat's. Warte, ich fahr selber noch. Warte, hier ist auch noch was. Warte, ich bin bei... Wir sind bei den anderen. Was sind das hier? Das ist aber, glaub ich, noch zwei Räume weiter. Ich sage, die Geilzeit, dass sie bei uns sind, aber die schaffen es nicht wirklich bei uns. Sie ist richtig, dass sie jetzt auch sterben muss, weil die nicht mehr helfen wird in die Kiste, Johnny. Ich bin vor dir. Richtig. Ja, aber Moggi ist da oben. Lass mich doch mal los, Bulli. Ich will da oben. Oh, das kann ich runterklappen, okay? Go, Riggi. Was bringt uns das hier? Den Hebel hab ich benutzt, Moggi da hochzunehmen, der wollte halt hinterher. Du hast den Boden lang gebrochen. Yeah. Ein Einbrecher. Aber die Tür ist da noch zu. Der da unten ist ein Schalter, glaub ich. Ja, der ist hier unterm Glas. Ach so. Nicht schneiden, Maeve, Vorsicht. Vorsichtig, Maeve. Wir wollen nicht, dass du hier wehnt musst. Was? Was? Jetzt, Maeve, raus da. Okay, pass auf. Go! So. Ja, fast. Kein Problem. Jetzt hab ich einfach deinen Kopf gepackt hab. Oh mein Gott, Maeve. Oh mein Gott, Maeve. Maeve war einfach mit so einer kleinen Kopfnuss die Scheibe geöffnet. Was war das? Was war das? Na ja, da brauchen wir vielleicht. Weißt du, den Sprung schafft man irgendwie von da? Oh. Oh, wir gehen hier hin. Okay, noch. Reki kommt auch noch mit. Da drüben. Na ja, jetzt sogar. Wir schaffen das. Da wollen wir nicht wieder hin, oder? Wir schaffen das zu vieren. Na ja, viel Glück zu dritt. Pass auf, Fully. Oh, ihr seid ja schon fast oben. Was ist los, du Arschloch? Ach so willst du da rüber, schaffst du das? Nee, ich glaube, das packst du nicht, oder? Nein. Wir machen so Trapez-Zirkus. Was ist mit Trapez? Ach so, nee, noch nicht. Sag mal, wie schwingt man eigentlich? Schwingt man, indem man die Maus bewegt, oder mit W und S? W und S. Okay. Oder was? Willst du mit ran? Maggi, hier ist noch Platz. Nee, 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 ich, ich, ich. Ihr macht mal. Schwingt. Schwingt, was das Zeug hält. Ich schwinge. Oh, nee, noch nicht. Ich mach hier auch mit. Was? Was? Maggi. Oh mein Gott, wir schaffen's. Junge, wir schaffen's. Alles, alles wieder ausgedreht. Was? Sie hat gesagt, ich soll auch mit, oh. Ist okay, ich lass schon los. Nein, 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 das ist okay, sobald ihr immer dran seid, ist es okay. Einer geht noch. Okay, Maeve ist schon mal oben auf der Kante. Oh Gott. Geil. Vorsicht. Vorsicht, der wirkst hier mit Glas. Ist durchgefallen. Oh. Hohe Gewalt. Wee. Warte, war der Zombie jetzt der Erste? Was? Nee, ich hab gechillt. Also. Oh, das ist Level. Vorsicht, Stein. Alter, ne Bueck. Warte mal, kannst du mit dem Stein vielleicht jedes Schloss kaputt machen? Mach mal Schloss knacken. Heck mal die Tür. Ich häng's dir so hin. Aua, mein Kopf. Nein, der ist schwer, der Stein. Boah, der ist sehr stark. Ja, nimm dir den mal. Ne, müssen wir uns zu zweit bestimmt machen. Nee, es geht alles alleine. Es ist ein Singleplayer-Spiel auch, ne? Ja, dachte ich mir auch gerade. So kann man da ranziehen. Oh, kann man da hoch? Ihr müsst denn schon... Oh, Maeve. Bei Maeve seh ich den Schwung. Passt. Das war die Tür. Jawoll. Ja. Das ist leichte Tünk. Das Schloss fängt da noch halb drin. Kann das jemand rausziehen? Maeve soll das ein Schlosser werden. Reki, weg dich bitte. Reki, weg dich bitte. Reki, weg dich jetzt. 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 Oh, sie geht nach innen auf. Sire, ihre Burg wird angegriffen. Drehten sie ein. Die Tore sind durchbrochen. Das Volk hasst sie, Sire. Die Festungen brauchen Unterstützung. Oh, ist einfach gott Stronghold. Können wir die aufbiegen? Oh, wir können... Nein, Walter. Vielleicht willst du mit der Spitze voran. Andersrum. Ja. So? Der Pult. Ihr habt einen Weg aufgehebelt. Let's go. Okay. Wir haben die fucking Starten. Morgi, kletter da rein. Ich schieß dich ab. Kletter da rein. Ich komme jetzt noch ein bisschen runter. Das ist ein großer Stein. Abschließ' nur von der anderen Seite, Reki. Ach so. Ich halte mich einfach fest. Okay. Mach mal Platz. Ja. Okay, Jörg. Abschließ' auch. Und das Katapult aufladen. Woah. Alter. Holy shit. Okay, und jetzt der Stein. Ich komme. Teamwork. Der Stein kommt gleich. Macht ihr damit die Mauer auf? Genau hier zielen. Seht ihr mich? Das macht Maeve hier. Hi. Das ist ja easy. Maeve ist da rüber gesprungen. Moment. Keine Sorge, Maeve. Oh, ist ne Brechstange Maeve. Fast. Äh. Ja, ja, ja. Perfekt. Okay. Jetzt den Hebel nach oben ziehen. Da rechts. Mach den Hebel. Aber ich halte mich gerade durch. Du musst dich fest. Achso, du willst mit. Du willst mit. Okay, okay, okay. Ich versuch's. Jungs, ihr müsst da. Nein. Die Mauer muss weg. Die Mauer ist ganz leicht. So, warte. So. Du musst den Schwung holen, Fully. Und jetzt hoch. Und Ricky muss loslassen dafür. Ich schieb auf, ich schieb auf, ich schieb auf. Yes. Wir haben's geschafft. Alter, krass Maeve. Oh, guck mal. Die Mauer ist schon ein bisschen kaputt. Wollen wir das aufmachen? Wenn ihr schafft... Ich schieße noch einen Stein rüber. Achtung. Oh, das gucken wir uns an. Das gucken wir uns von hier an. Das war echt stark, Mully. Und... Feuer! Jo, da kommt er. Da kommt schon. Der ist einfach rüber geflogen. Der hat uns einfach erschlagen. Jetzt bin ich dran. Okay. Okay. Yeah. Aha. Ja. Der ist zu groß, oder? Oh, ich kann den hochheben. Stark bin ich. Zieh mich rüber. Zieh mich rüber. Zieh mich rüber. Nimm meine Hand. Ich hab dich. Ne, warte, ich hab einen Stein. Ich spiel Jenga. Ja. Oh mein Gott. Ich hab so einen riesigen Stein. Feuer! Hab ich nicht, Muggi? Mein Korb fängt fest. Ich bin zu stark. Man kann nicht so schwer greifen. Ich muss das weiter hinterziehen. Ja, dankeschön. Ja. Und jetzt Fuli? Komm rüber. Komm rüber, Muggi. Ich will die Mauer einreißen. Ich bin drüben, glaub ich. Ich häng... Ricky! Lass mich doch los! Wie dieser, äh... Du bleibst hier, mein Freund. Hallo? Raffi aus. Geh mal weg, Johnny. Oh. Das hat geklappt. Schieß, Zombie, schieß! Wir machen die Mauer wieder zu. Ich muss den Stein reinladen. Ja, wir reparieren die Mauer wieder. Die Mauer ist kaputt. Die Mauer muss weg! Er muss repariert werden. Feuer! Feuer! Die ist wirklich wieder ganz. Ja! Oh Gott. Jetzt ist er ja nicht mehr ganz. Na warte. Schloss Mogia muss fallen. Kann mir jemand hier drüben mal helfen, Fuli? Ja, 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 ja. Ich spiel Jenga! Pack mal an! Dann reparieren wir die Mauer wieder richtig! Okay! Let's go! Die Mauer wird mächtiger als jemals zuvor! Ey! Komm an! Nein! Keine Sorge, die Reparatur fängt an! Okay! Unterstützung ist da! Ach, da ist ne Brücke! Ah! Ah! Nein! Die Mauer muss fallen! Back damit! Nein! Ich glaube, die Mauer ist gefallen an dem Punkt. Ach ja, stimmt. Nein! 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 Wir können den Stein hier noch platzieren! Den Trudor kommt! Schnell macht das Tor zu! Niemals! Ach! Warte, ich schließ' wieder ab! Ja! Dieser Stein! Ja, wir haben's! Wir haben's! Du musst die Mauer reparieren! So! Wie neu! Ja, das zählt! Ja, das zählt! Hey Jungs! Ich wohn' hier! Ich glaub' ich werd' auch mal jetzt die Musik ausmachen! Ich find' die so unpassend! Ah ja! Da hab' ich Bock drauf! Ja, der Bock! Komm' irgendwie gerade nicht weiter! Ui! 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 Wer klaut meine ganzen Steine? In dem Haus ist da oben nichts! Uuuu! Uuuu! Wer klaut meine ganzen Steine? Ach so, willst du Treppe bauen? Da geht's doch hoch! Oder was? Wer, wer hilft mir? Mogi, hilf mir! Oder Tully, hilf mir! Kann ich dir rein? Uuuu! Uuuu! Und jetzt? Uuuu! Johnny! Zwei Lomböcke funktionieren, glaub' ich nicht! Springt! Springt! Oh! Also ich kann euch sagen, mein Versuch hier drüben die Türke einzureißen, die geht nicht auf! Ist das bei euch drüben? Geht wortwörtlich nicht auf! Kann wir die... Pass mal auf! Ja, ja, ja! Warte, denn ich hatte gerade richtig, damit ich ihn hinstellen kann! Nee, aber jetzt nicht mehr! So, hier! Ich wollte mal hinten noch mehr Steine! Rikis Ansatz sieht auch gut aus! Uuuu! Ich bin es mal angefallen! Okay! Also soll ich so gut? Nächst! Hier ist ne Treppe auch, oder? So, der nächste Stein für die Treppe! Ich bin kein Stein! Komm! Einer reicht, dann kommt man hoch, glaub' ich! Wenn ihr noch ein Stein mehr da hinkommt! Uuuu! Warte, ich bin mit! Warte! König der Burg! Jetzt kommen wir hoch, Johnny! Ja, jetzt muss man hier hochkommen! Warte, warte! Ich bin auch mit! Okay, Mogi hat's! Oh nein, ich bin wieder runtergefallen! Ah! Hallo! Ja! Wie ist der jetzt da hochgekommen? Außenrum! Ich war da auf der Mauer! 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 Jetzt ne kleine Wanze! Oh, ich kann das alles nicht mehr! Seht euch mal die Wannen an, wie die Wannen kann! Wannen kann? Wannen? Wenn ich versuchen, dich zu sehr runterzuwerfst, sonst war ich selber runter! Mogi greif meinen Kopf, Mogi! Äh, ja! Warte! Oh nein, ich hab Zommel festgehalten! Mogi! Nein! Ich dachte, ich hab mich oben am Boden festgehalten! Warte, warte! Ich zieh dich wieder hoch! Nimm die zweite Hand hoch! Nimm die zweite Hand hoch! Nimm dich wieder auf den Boden! Nimm meine starke Hand! Wicky, was soll das? Au! Au! Ah! Mein Nacken! Au! Warte! Äh, nein! Moment! Warte, ich zieh mich hoch! Nimm deinem Schlawittchen! Rikki, enthält dich du! Und zieh ihn! Zieh ihn! Nein, Rikki! Ah! Ja! Zieh uns hoch! Rikki, du bist so schwer! Komm mal hoch! Rikki, ich verpiss dich! Ich versuch's! Okay, muss ich loslassen? Nein, 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 nein! Noch nicht jetzt! Okay, zieh dich hoch! Zieh dich hoch! Zieh dich hoch! Du die zweite Hand hoch! Ich versuch's doch! Ist das die Lösung? Der macht das aber nicht! Du die zweite Hand hoch! Ja, das ist hier die Lösung! Aber man nimmt diesen Steinwagen, den ihr in die Mauer geschoben habt! Ach ja, der Steinwagen! Ach so, ja! Ja! Ich mein... Ja! Hallo! Sommi, wolltest du mich nicht hochziehen? Äh... Wo bist du denn du? Wie, der hat dich nicht gesehen! Ah! Du die hängt seit Stunden! Äh... Nein, ich hab... Okay! Mach das jetzt hier nicht kaputt! 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 Das ist ein Geheimnis! Ich seh schon! Kann man die öffnen? Nee! Oh! Ich dachte... Ich hab die extra wieder geschlossen, weil ich dachte, da ist irgendwas cooles! Aber hier ist nichts! Warte, die geschlossen? Also geht die doch auf? Klar geht die auf! Muss ziehen! Hä? Mein Gott! Hä? Wir sind auf der Mauer noch oben! Bist du da unter dem Haus? Ich hab dich grad auf der anderen Seite der Tür gesehen! Aber wir kriegen die Tür nicht auf! Ich glaub, Buggi hält auf deiner Sinne fest! Kann das sein? Ich kann von dir... Nein! Ich stehe hier draußen wieder! Hallo! Hier! Hallo! Nee, der ist ne... Der ist ne anderen Tür! Wir müssen da hinten bis die Turm gehen! Das ist wie so ne Tür auf so ne Hochhaus! Kannst du nicht von hier aus? Das war gesperrt! Wenn die einmal zu uns fallen ist, hast du keine Chance mehr! Ich mach mal hier unten auf! Mit Johnny! Okay! Achso! Ja stimmt! Das können wir auch mal machen! Warum geht die Tür nicht mehr auf? Was soll das denn jetzt? Kannst du die auch nicht öffnen? Nee! Johnny, komm doch einfach hier lang! Es kann doch nicht sein, dass ich da nicht hochkomme! Johnny, komm doch einfach hier lang! Johnny, komm doch einfach hier lang! Ausgesperrt aus Versehen! Ich bin wieder unten! Alles gut! Rechne mit diesem Mann hier ein! Bist du unten auf ne Tür oder was? Hallo! Ich bin runter gesprungen einfach! Die Tür geht doch auf! Zombie! Ich weiß nicht was du hast! Hast du das gesehen? Hä? Okay! Vielleicht brauchen wir den Wagen noch! Boah! Lass du mal hier einziehen! Und dann nicht deine Hände! So! Ich stell mein Bett da hin! Aber ich kann auch das Haus bei dem Wagen, oder? Da! Da drin! Ähm... Kann man so drüben eine Drücke bauen, oder so? Ich werd mir was auf Rechi draufziehen! Was passiert, wenn ich ins Wasser springe? Und ich sterbe! Und voll zu flat! Boah! Über die Lampen! Boah geil! Boah! In den Kamin rein! Ja, in den Kamin rein! Wie der Weihnachtsmann! Hier! Nein! Mit der an der kann man schwingen! Wir müssen mich suchen! Es gibt übrigens eine Ertrinkmechanik, wenn man so lange im Wasser ist... Habt ihr euch beim runterfallen gesehen? Nein! Nein! Ich bin versteckt! Nein nein! Nein! Der Wagen! Wirklich gleich mit reinwerfen, Folnat an dem Punkt. Ich hab den nicht runtergeschoben! Ich hab versucht den zu retten! Mensch, was ist denn jetzt los?! Nehe! Oh nein! Wieso... Wieso wackelt deine Hüfte so?! Also passt auf Folli! Ich stell mich hier hin, damit die Tür nicht zufällt! Versuch mal dir die Türn, dich hochzuziehen! ok von der anderen seite schon so dass ich so steht damit sie nicht zu wenn du auf der tür oben stehst dann ja ich glaube auf das cape kann mal respawn ich hab mir eine gute zeit über die tür will nicht okay danke also es klappt nicht so ganz so diesmal mit ordentlich schwung mein gott meine hand genommen du hast meine hand genommen nein ich wollte gerade schwingen hast du mich gefangen go mate nein das ricky du dreckiger ich hab auch das immer wenn ich da drauf kommt irgendjemand anderes lass es ricky aua aua mein kopf ricky ich muss da oben ich muss da oben ich hasse ricky ich geh zu der nicht ricky hass fraktion hier rüber du liebst mich wir haben einfach nur ein bisschen spaß hier wir spielen einfach nur das spiel ja ja vorsicht johnny au 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 fulli springt daneben nein fuhr jetzt geschafft du willst mich doch verarschen wenn es mir jetzt irgendwie noch versaut also die glocke läutet ich habe das nicht mal erkannt dass sie sich bewegt ricky auch nicht an dem punkt bewegt sie sich aber auch nicht mehr viel nein ok alles gut bisschen rumhängen jungs helft mir das aufhören wenn man links und rechts guckt ich bin einfach runter gefallen dankeschön nein kann ich den checkpoint holen wieso kann er sich nicht hochziehen na fuhr nichts drüben wieder gelandet hat er kein checkpoint geholt der holt den checkpoint nicht ne ne die letzte laterne habe ich nicht erwischt guter sprung das ist ja wie bei Wind Waker ist es leichter mit Maus und Tastatur zu klettern ich fühle mich schwer ja absolut ja das ist so schwer mit controller ich habe sogar die empfindlichkeit noch ein bisschen höher gestellt damit die Maus sich schneller bewegt NEIN zu weit wirst du in der Mitte landen können ricky ich hab versucht ja auch versucht ja zieh dich hoch zieh zieh fuhr li fuhr li fuhr li fuhr li fuhr li Fonty darauf bewegt sich niemand durch nach vorn der das macht 又 jetzt die steuerungsumstellung ja ja vor die ja was ist euer lieblings video spiel ja ich denke ich werde auch mit welcher hd ich wollte eben pass auf morgen drei gibt es eben bestimmt auf der switch da ist noch mal besser das stimmt ich habe mit welcher extra auf der switch auf der wii nicht geholt weil ich dachte ja und es kommt 100 pro noch auf die switch und dann kann ich da ein geil spielen und dann bringt ja nichts davon und du hast so lange gewartet an dem punkt weil wir sind ja auch schon die ganzen mevers fläschchen weg jetzt gab es gab so flaschen oder war da so flaschenpost quasi und daher vor den inseln hat man immer was andere konnte man sehen was andere spiele geschrieben habe es war immer es war immer einfach nur von kindern die auf das gamepad geklatscht haben oder irgendwas hallo domtando dankeschön ich habe mal ganz gruselig hatte ich mal bei einem köstlichen wild world habe ich meine ja volli eine flaschenpost verschickt immer eine telefonnummer mich hat tatsächlich jemand angerufen ja das wird man wirklich so eine flaschenpost losschicken auch du dass die normalen platz ich habe aber platz hier der oft ist mit link cable mit dem gameball advanced das fand ich so cool dass man da so mit rubin tingelbomben überall hin machen der gameball advanced und die gamecube waren so die preview und das war die pre switch die hatten schon ganz frühe warte ich halte hier meinen arsch fest ich will ich versuch es moment ja okay so jetzt mit der anderen arm wieder in der mauer sie kommt ganz langsam wieder zurück mit der linken und dann greift die rechte neu ich hab mich hier ich mach den shortcut auf die rechte hand neu fassen wir da okay am anschwurm ich bin das mit der hand neu greifen dass das irgendwie mein gehirn versteht nicht wie man das machen soll wo ist die lampe hin das neue greifen ist auch nicht super scheiße ah da kommst du okay es war zu früh aber auch hier ist eh cool okay fully ich versuch's ich schaffe es nein ich bin nicht gesprungen du bist wie so ein sack runtergefallen ich bring mal was gesprungen oh da ist er ach wir haben die tür da vorne auch geöffnet ja ich bring mal das hier mit wir sollten wir nicht weitergehen macht dein ding macht dein ding ist wirklich riesig ach so dahin müssen wir lang ja wir teilen die folge im notfall einfach auf oder so macht dann wirklich los kommen ja bis zum nächsten mal ne 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 jetzt los ist ja auch nicht mehr hier irgendwas aufzuhören ähm wir sollten mal Minecraft Adventure machen oh mein gott ja hab ich auch bock badwars und masterbuilder hast du nicht voll bock drauf ich hab das gefühl hier fehlt irgendwie ein großer stein dass man hier rüber kommt ja ich bin auf weg Jux was soll die scheiße um Rikki bist du Spargel-Tarzan oder du magst noch Japanstechniken oder wenn du so ein bisschen mit A und D und herbackeln und springst und so ein bisschen anlaufen wenn du so ein bisschen anlaufen kannst kann man doch richtig in Spalt springen ja das ist auch die größte na 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 ja hat Spargel-Tarzan gesagt aber ein bisschen Spargel-Tarzan ja ist doch dasselbe ne ist ein bisschen schwer in der Praxis umzusetzen aber ja du hast es nicht gesehen man ist schon ein bisschen nach vorne geflogen oh danke für den Stein bitte aber äh mein Kopf Dank geh mal weg das Spargel-Tarzan okay der Rest ist sicher auf jeden Fall aber ich heiße nicht Spargel-Tarzan naja was ist denn da raus ey ich bin WALTIM GAMES LIVE und irgendwann wäre ich der König der Piraten yeah warum hast du AKEO? du warst ein AKEO? find ich selbst du bist nicht mal gefallen du bist jetzt alter man ja oh man guck mal her der alter man fuck ach scheiße zieh dich hoch maiv nein du störst okay nein warum aha ja nix aha ich schaff's hier grad nicht hoch ja aber ich hab dich gefunden oh Jungs oh hey Polly hey da oben ist der Katta warum reicht das nie? ach man warum ist man so nach vorne rüber schießen ja aber wie kommen wir überhaupt auf das Schloss hoch? naja so wie die Jungs das grad machen glaube ich Reki wieso ist der Wagen eigentlich so scheiße hingestellt worden? ja da musst du mal vorliegen ja Reki hat den echt kacke hingestellt Reki ich hab nichts gemacht damit ah 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 das ist halt auch gelogen ja Polly der lügt noch Polly der wir müssen zurück Polly wir müssen zurück Polly wir müssen zurück ja so gelügt hat zieh doch verzieh dich ja 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 was wollt ihr damit machen? ich glaube man muss ihn vorne äh nein ich schaff das was wollt ihr denn damit machen? wir wollen ihn wieder zurückschieben damit man ihn besser positionieren kann dann kletterst du da hoch Johnny ja komm ja komm ich zieh hinten einfach ich zieh hinten einfach der das hinten zieh bringt ich so muss vorne machen ich hab mich nach so gekriegt okay lasst doch bitte immer los oh wir müssen wir ein anderes wortchen reden du freundchen wie frech bist du hier aber du bist ja aus der Hüfte ich wollte das nicht sich an camper man Siri mir an meinem Kopf hoch Ich schieb den Wagen weg, die anderen kommen nie wieder rüber. Fully! Was macht Fully mit Regi? Dankeschön. Aber dafür ist der Sprung jetzt sehr einfach für uns. Oh ja. Ah, da oben ist ein Katapult. Da war ich noch nie oben. Ja, ich werd da nicht hochkommen. Wieso komm ich da nicht mehr hoch? Ich auch nicht. Ja, wieso kommst du nicht mehr hoch? Naja. Wenn man sich nicht so hochkatapultieren könnte oder so. Checkpoint. Boah, ich seh den Haken unter Optionen zu schwingen. Und ich seh dich vielleicht gleich runterfallen. Lass ihn nicht fallen, Mogi. Du bist so wackelig. Oh, oh, oh. Das Problem ist ja, ich würd's versuchen, aber der Haken ist falsch. Ich halte den falsch, der ist nicht richtig gedreht. Wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Joho, Joho, er hat's geschafft. Kannst du mal Mogi? Ja, nimm John. Johnny. Ich wollte, dass Maven jetzt so rumreißt. Ich wohne jetzt hier. Ich glaub, wir müssen den so festhalten. Oh, jetzt? Jetzt kann's klappen? Ja, ja, ja. Johnny, das Bild ist noch verrückt. Das ist genauso wie davor, aber das ist okay. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht hast du Glück. Yeah! Nein! Er ist wieder da. Warte mal, ist das die Idee? Ach komm, schon haben wir gesehen, wie gut das war. Das war richtig gut. Das war gut. Du musst ein bisschen schräg springen irgendwie. Johnny, das ist so cursed. Oh, beim Ende ist er noch schlimmer, aber. Ja, beim Wave zeigt er die ganz andere Richtung. Aber es klappt trotzdem. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich zu dir reinkommen? Mach. Aber Platz der Wave, nein! Wer hat den Checkpoint? Hallo! Komm rein, kannst du rausgucken. Oh, da in dem Moment schminkst du weg. Merkwürdig aus, da so ein echtes Johnny-Gesicht im Fenster zu sehen. Hallo, hallo! Ich hab' da in dem Foto reingeschubt. Ich hab' ihn, ich hab' ihn, Maiv! Ich hab' ihn, Maiv! Ich hab' ihn, Maiv! Sonst was? Nee, ich hab' gerade einen Strachianfall. Ricky, es tut mir leid. Ricky, ich sehe was für dich. Eine Mission für dich. Ich hab' meine Quest jetzt hier kurz. Jungs, ich geh' nochmal laufen, ne? Wie ist er dahin gekommen? Seine Quest? Kriegst du die Späte dafür? Ja, hoffentlich. Nice. Warte mal. Ja, das wollt' ich auch grad' machen, Maiv. Gib Gas, Gubi. Nee, warte, ich seh' grad, worauf's hinausläuft. Warte mal, warte, warte. Warte, Ricky, noch... Nein, das ist die falsche Richtung. Ja, in die Richtung laufen, Ricky, bitte. Maiv, du kannst dich da auch weiterhin hochziehen. Du bist nicht mehr das Rad hoch. Schlag' ich die Uhr jetzt? Achtung, falls ein Glockengeräusch kommt, tut mir leid. Oh, mein Arm. Nee, das geht nicht. Feuer! Ich fremste Ricky aus. Okay, Ricky, du musst weiterlaufen. Nein! Du musst die Steine ganz... Du musst die Steine ganz hoch bringen. Als ob die Glocke nicht getroffen wurde. Ganz knapp. Okay, was... Was machst du da? Ja, ich lass' Ronda. So, nächster Stein. Feuer? Bung! Nein! Ich hab' die Schlossglocke. Ich auch! Die Gargoyles wurden getötet. Ich hab' am Katapult gegen die Glocke geschossen. Alter! Wie cool! Ohhhh! Scheiße! Jawoll. Jungs, ich kann euch helfen, wenn ihr wollt. Mogi, ist da oben noch was mit dieser Stange? Nö, aber ich nehm' dir ein Brett. Viel Spaß. Danke. Du kannst du da oben noch auflegen. Ich seh' oben halt wirklich nichts mit der Stange. Aber vielleicht muss man sich irgendwie an diesen Seilen damit entlang schwingen, aber... Ich weiß nicht. Leg das Brett darauf. Pulli, komm rein! Du musst kurz die Stange weglegen, die nervt. Kannst da rein? Ich hab' die Tür gehüfte. Ah! Aber nur so halb, dass wir nicht hoch machen, das ist quasi, weißt du? Boah! Verstehst du? Zweiter Stock! Aber ich seh' halt... Ich seh' halt... Ich seh' halt... Ich seh' ein erster Stock. Das stimmt, das ist der erste. Kann das Wasser runterrollen? Ja, ja, noch ein Stück. Und jetzt steh' ich da rauf? Steh' ich da rauf, damit ich runterroth. Ja, 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 ne? Boah! Okay. Wer holt das fast? Oh, da ist es. Er holt es mir auf dem Kopf. Wuiiii! Wo bin ich? Okay, Jungs, pass mal auf. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Okay. Ja, ja, ja. Wir fangen das Wasser auf. Nein, lass mich los. Du hast wieder übertrieben, Ricky. Du hast wieder das wieder gemacht. Oh Gott, Mogi, Vorsicht! Vorsicht, Mogi, nein! Nein! Das kommt gleich nochmal. Ach, da seid ihr. Okay, okay. Okay, nochmal. Ich bin in Position. Ich hab's fast. Ich hab's gleich. Ja, ja, ja. Das ist wirklich hier. Komm her. Wir brauchen das fast wirklich hier drüben. Ja, ja, ja. Sehr gut. Warte, ich werd's einfach mal hinlegen und dann werd ich einfach rollen. Und dann läufst du gegen. Maeve ist gedroppt. Wir sind, glaub ich, hier oben. Nein, falsche Richtung. Ja, 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 ja. Ist gut, 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 gut. Woli! Fang das Fass! Ja, er hat's! Let's go! Und jetzt fang mich! Wuiiii! Okay, Jungs, links oben. Nein, das Fass! Ihr solltet das Fass fangen! Das Fass fangen! Wieso hast du losgelassen, Fully? Wieso hast du losgelassen, Fully? Okay, okay, Maeve beschiebt es runter. Wie kam's dazu, dass du losgelassen? Du hast das auch mitgenommen. Ich dachte, du hast es dann. Halt es fest! Ja, ich dachte, das war so dein Ding. Ja, und ich Fully, natürlich halte ich das fest. Hui! Okay, Jungs, links oben. Ey, ich hatte es festgehalten. Nein, nein, nein. Hier hin. Könnt ihr mich sehen? Ja. Hier oben ist ein Haken. Ich fahr zur Glocke. Ich weiß nicht, was ich da mach. Aber hier ist so ein Haken. Wir müssen es irgendwie hinlegen, damit es nicht wegrollt. Wir müssen es irgendwie hinlegen, damit es nicht wegrollt. Springen mal aufs Fass, ich halte es fest. Hier macht er ja Fass. Ich sag, wenn ich ready bin. Ja, das ist es! Springt hoch! Ich kann dann, wenn du weggehst, irgendwie nochmal versuchen, das Beste zu positionieren. Aber... Der F geht auch so hoch. Dem ist das egal. Ich komm hier nicht mehr raus. Achso, komm mal. Okay, es funktioniert. Ich rutsch jetzt. Ich rutsch! Aufgehen! Jetzt geht die Glocke! Dann bin ich auch gleich bei euch. Fünf Minuten später. Jetzt geh doch hoch! Ja! Bing! Die Glocke hat nochmal geläutet. Ich glaube, ich muss schon... Oh, warte, Moment. Jetzt zeig ich gerade. Können wir es nicht hinstellen? Ja, ich will ja. Ich versuch's ja, aber... Entschuldigung. Bing, lass mich los. Vielleicht kann man es hinstellen, wenn man es nur an einer Seite... Ich hab's! Oh mein Gott, Johnny, lass das Fass bitte los! Ich hab's nicht, ich hab's nicht. Okay. Komm Maeve! Du nicht! Wir gehen jetzt schwimmen! Wir gehen jetzt schwimmen, Maeve! Hallo! Aber das ist viel zu instabil. Ne, jetzt steht es richtig. Ja, aber es ist trotzdem super instabil. Ich halte es fest. Ich halte es fest. Oh, stark. Hm. Ja, ja, ja. Sehr schön. Guter Sprung. Sehr schön. Maeve, da fällt irgendwie ein Arm. Oha, Mogi! Mogi! Er bricht ein! Yeah! Wie du mich so reingeschwungen hast. Ja, das war sehr knapp gerade. Das war stark. Oh! So. Was mach ich jetzt hier drin? Geht's überhaupt weiter? Oh, Entschuldigung. Nein, komm. Ich hab mich so breit gemacht. Ich geh mal hoch. Ich glaub, hier drin geht's nicht weiter. Was? Da hoch ist doch so'n Knopf, oder? Doch, doch, doch. Da muss doch weiter gehen. Achso, okay. Ich muss wahrscheinlich... Okay, man kommt durch das andere Fenster. Achso, da rechts kann ich noch weiter hoch. Oh, ich... Oh, okay. Stark. Äh... Oh! Oh! Hier ist nichts. Dieses hier? Ja, ich seh da... Da ist ein Stück Mauer. Oh, da ist Mogi. Mhm. Ah! Ah! Nein! Ich fang nicht. Soll ich loslassen? Äh, noch nicht, noch nicht. Okay. Huh. Oh, oh. Jungs, scheiße. Ah, jaja, okay. Dann kann man hier so'n Kreis hochhüpfen. Okay. Du willst ja also gern rein, Fully, oder? Oh, Fully. Wie... Wie läuft's? Ähm... Du musst gar nichts machen, Mogi. Nein! Komm schon, komm schon! Nein, das frei! Nein, das frei! Oh Gott, oh Gott! Ja. Moment. Okay, ich gehe aus'n Weg. Okay, halte ich... Moment, ich muss bisschen runter. Kannst du dich haben wir festhalten? Johnny hat es geschafft. Nice. Ach, da kommen wir zu dem Tor, wo ich gehe. gegen die Glocke gefahren bin. Ach so. Okay, warte ich. Ich werde versuchen, mich bisschen... Auf der anderen Seite ist aber ein Hebel, den wir brauchen. Ja! Jetzt! Nein. Nein. Wo seid ihr? Ach, unten. Ich hänge am Fenster. So, jetzt. Okay, ich glaube, ich habe nichts. Papier ist nicht weiter. Nee, auf der anderen Seite ist der richtige... Nein! 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 Ich bin ein Sozialprodukt. Ist das das Ziel? Da geht es weiter Richtung Ziel. Oh, 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 oh! Aber wir müssen rüber? Ja, das Tor ist jetzt offen. Aber ich will nicht rausgehen. Johnny! Nee, es ist noch nicht vorbei. Alles gut, hier ist eine Windmühle. Aber jetzt hast du einen Checkpoint geholt, Johnny. Das wollten wir rausgehen. Ja, die sind doch alle da. Ja, und? Wer soll denn noch runterfallen? Nee, wo bleibt ihr denn? Ich bin hier runtergefallen. Ich bin außenrum zurückgegangen. Da kommt der. Ja, ich mach gerade auch. Ich mach manchmal so von der Bühne weg. Wie so in diesen alten Cartoons. Keckiges zurück. Ach so, ja. Ich räume mich so... Wie so die Gans, die, äh, die Donut von der Bühne holt. Oh, oh. Kannst du die Lampe da runterholen, Johnny? Ah, da ist das für. Ey, das schafft man auch ohne Lampe. Wohin willst du? Okay. Ja, passt, warte? Man schafft es auch nicht ohne Lampe. Hat gut geklappt? Gleich hast du es, Johnny. Ich seh nur diesen kleinen Haken. Tschüss. Oh, der ist... Nein, Maeve. Lass jetzt jemand anderes mal was mit dem Haken machen. Du hast es schon. Maeve. Wir brauchen keinen Haken. Wechselt euch ab mit dem Haken. Warte, warte, warte. Maeve hat schon mit zwei Haken was gemacht. Mama hat gesagt, das ist jetzt mein... Komm mal! Oh, Ricky ist der Haken. Oh, Ricky ist der Haken. Oh, Ricky ist der Haken. Ricky ist der Haken. Die Haken. Was ist Ricky? Das ist mein Gehstock. Sieht man doch. Ein bisschen groß für dich. Ist das Mode? Mogi macht das mit den Haken. Mogi macht das mit den Haken. Mogi macht das mit den Haken. Ich dachte kurz, du kannst dich doch oben halten. Mogi hat doch nichts geschafft mit dem Haken. Deswegen muss er jetzt. Mogi hat doch die Lampe schon runter geholt. Mogi hat doch schon. Mogi hat doch schon. Das war schon lange erledigt. Ich hab so richtig nur runter fallen sehen. Das hier hab ich jetzt nicht gesehen. Ah, da rüber. Rüber? Ja hier. Ah, da. Da wo du bist. Ja genau in die Richtung. Hier! Und? Oh oh oh. Oh oh oh. Ich hab zu weit oben. Nochmal. Einfach langsam runter machen. Dicke, bitte. Ich helfe euch. Hör auf. Wir helfen uns. Okay, okay. Wir helfen sich uns an. Okay, aber lass los. Lass los, kann ich mir helfen damit wir schwingen. Es wird immer einfacher hin und her zu schwingen. Hä, kommst du auch noch ran? Oh, okay. Tschüss. Oh Gott. Ich glaub richtig an als am ehesten rüber schwingen. Ich bin da! Oh, ich nicht. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Pack den Arsch. Linke Hand an Arsch. Perfekt. Ich bin jetzt beim Mogi. Die ganze mit seinem Haken noch. Jetzt die rechte Hand hochziehen. Der macht Unsinn hier. Jawoll. Ja, nice. Warum halte ich mich immer so komisch an der Kette fest? Oh mein Gott, glitscht die. Ja, ich weiß nicht, ob das hinhauen wird. Pass mal auf, ich versuche mal ein bisschen mich unten festzuhalten. Ups. Versuchen. Sehr gut. Und irgendwer ist weiter gelaufen. Oh, ich bin bei der Mühle gelandet. Ja, die sind einfach drei Meter danach. Hallo. Hallo. Vielleicht weil ich mir die Mühle angeguckt habe. Johnny war schuld. Wer ist eigentlich der Default Skin? Fick dich doch. Ich bin der Default Skin. Dann kannst du mir jemanden mit auf der Windmühle schicken. Guck mal hier. Alter, das ist Ricky. Hey Jungs. Hey Ricky. Oh, man kommt meine Beine hin kurz fest. Okay. Das ist ein Riesenlevel. Weht doch genug Wind hier gerade. Hey, wer hat die Mühle angehalten? Ich glaube wir sind ein bisschen zu schwer alle gleichzeitig. Ne, ne, das passt schon. Oh, das war's. Wir haben die Mühle gebrochen. Wir sind zu schwer. Oh, warte mal. Theoretisch. Ich glaube jetzt mal hier aus. Hier, ne? Ja, wenn du aufstehst. Oh mein Gott, das wird so schnell. Jetzt wird sie schneller, ja. Oh Gott, das wird so schnell sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin drüben Jungs. Ihr müsst euch fallen lassen. Ihr müsst euch hier drüben abspringen. Zu mir. Ja. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Anlauf. Ich will eigentlich Mutant Tyrannia mit mir helfen. Das war's doch. Nein, das ist der Tyrannia gibt es nicht. Ich geh jetzt zum Mutant Tyrannia rum. Und jetzt soll ich fallen lassen? Warte. Jetzt. Was ist los? Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ich runterfallen werde. Melv, wir gehen zusammen. Ich hab dich. Dankeschön. Guck mal, Morgi, wir haben es geschafft. Melv zusammen, nein. Ich bin auch hier. Ich komm auch. Oh, Baumstamm. Das ist unser Feuerholz. Ein Staumbamm. Das ist ein Amboss. Können wir was verzaubern. Morgi, ich hab noch Diamanten, die du brauchst, ne? Wie damals in der Schule. Ich hab meine Spitzhacke nicht dabei. Ich glaub, Merv ist reich geworden. Schöne Innereinrichtung. Morgi, was machen wir damit? Kann ich über dich eigentlich runterschlupsen, oder hast du mein Ohr gegriffen? So nicht, du kleiner Spitzbube. Ach du Scheiße. Sieht's ein paar hinter die Löffel. Wir müssen eine Brücke aus dem Brett bauen. Warte, lass mich mal. Nein, 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 nein. Wir haben so ein Rollding, wir müssen so Katapulte rausbauen. Wo ist ein Amboss? Nein, komm mal her. Wir müssen das Brett auf das Rollding legen und auf einen Seite den Amboss schmeißen und mit der anderen um hochkatapultiert werden. Verstehst du? Ich glaub eher, dass wir damit hochlaufen. Ich glaub nicht, dass wir damit katapultiert werden. Doch, dafür ist das alles da. Wie machst du das, dass der Amboss wo drauf fällt? Ja, das zeig ich dir gleich. Komm mit. Wir müssen uns hier hochkatapultieren. Zweit sind wir so stark, Pulli. Das Rollding muss unter mir. Das ist ein Baumstamm. Der Amboss muss erstmal runter. Das Rollding. Wo wollen wir überhaupt hin? Da oben hoch wollen wir. Der Zylinder. Der Zylinder trägt den Zylinder gerade. So, jetzt leg den Baum schon nach vor. Stopp. Zu nah, zu nah, zu nah. Weiter weg. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt müssen wir das Brett da oben rauf legen. Es wird immer noch nicht klappen, den Amboss zu schmeißen, glaub ich. Doch, das wird funktionieren. Das hilft dir. Warte, dann ist das davor, genau. Das muss quasi in die Mitte. Achso, warte, die brauchen noch ein bisschen. Und jetzt stellt sich mal einer da rauf. Äh, ja, warte, warte, stell mich auf die andere Seite. Ne, das ist, das ist komplett das Schwachste. Nicht, nicht auf die andere Seite drauf stellen. Also auf die Seite, ja, wir müssen... Wir müssen, wir müssen nicht katapultieren. Wir müssen einfach nur hochlaufen. Wir katapultieren nicht, der Amboss hält nur generell runter. Ich glaub, das reicht doch nicht. So ist gut. Kann jemand den Baumstamm drunter schieben? Sieht aus, als würde er gleich rausrutschieben. Fully ist afkar einfach. Ne, ich bin hier. Schiebt jemand das Brett nach rechts. Und so abgetrocknet hätten vom Schweiß. Ja, genau, genau. Warum kümmert sich niemand um den Baumstamm? Aber du musst von der anderen Seite ihn dann rüber schieben. Ich zieh halt... Ja, aber guck mal, von hier hätten wir noch Momentum kriegen können. Wenn wir von hier quasi den Amboss fahren, so... Das kriegen wir doch hin. Wie willst du den fein lassen, Ricky? Den kannst du keine 20 Zentimeter hochheben. Er will's vom Dach werfen, aber wo wollen wir dann hin? Den kriegst du nicht aufs Dach. Warte, wir können das Brett doch so ein bisschen drüber rollen jetzt. Alter, wir synchron mal lassen, Ricky. Jetzt ist weiter weg. Warte, warte, warte. Wir packen einfach das Brett und schieben das so ein bisschen vor. Dann müsste der Winkel besser werden. Wir nehmen einfach das Brett und schieben es wo anders hin. Nehmen wir es wo anders hin. Und jetzt gehen wir mal den Amboss hier hoch. Dann kann ich die hochkatapultieren. Ja, dann geh du mit dem Amboss hoch, Ricky, bitte. Mach mal mit an, Ricky. Sollte passen. Okay. Fully, was machst du? Hast du rausgezogen? Für die Jungs. Nein. Äh, warte, der Amboss muss doch ein bisschen drauf. Das Ding hat sich verschoben. Ich hab's nur ein bisschen festgehalten. Ja, aber ich hab's verschoben von der anderen Seite. Ach so. Warum ist da ein Brett jetzt auf einmal? Wer, wer, wer? Ach, Ricky. Okay, wir haben... Ich wollte helfen. Wir haben noch ein Brett. Cool. Und der haben wir uns auch wieder gefallen. Danke, Ricky. Bitte. Helft euch das? Das Brett hilft so ein bisschen. Moment. Äh, beziehungsweise gar nicht. Dieser dumme Amboss. So jetzt. Ihr hebt zu zweit drauf. Teamwork. Oh nein. Der Amboss fällt schon wieder runter. Bin runtergefallen. Der will noch ein bisschen rüber. So. Ich halte den Amboss fest einfach und bleib hier. Dann bin ich extra Amboss. Und nicht alle gleichzeitig. Genau. Zombie ist der Boss. Genau. Wie wär's mit noch nem Brett? Yeah! Nee, das brauchen wir hier oben, das Brett. Nein! Das brauchen wir hier oben, das Brett, Johnny. Nein, das ist, das ist hier, damit man da rein kann, glaub ich. Aber. Aber. Ich mein, das Brett ist ja lustig und alles, aber wenn das jetzt wieder diese, äh, das Brett verschoben hätte, wäre ich nicht begeistert gewesen. Das ist ein Eimer, den will ich. Junge, das ist ja komplett anders hier unten. Ups. Hi. Hier ist Walkman. Oh, hübsch hier. Jawoll. Ja. Wir können runter einwandern. Ganz nett hier unten. Okay, perfekt. Ich hab' mir nicht. Ich hab' mir nicht. Wir müssen zusammenbleiben. Nein, wir müssen hier rumglitschen. Wir müssen uns nicht verlaufen. Der Eimer ist weggeglitscht, Maeve. Hand in Hand. Ich hab' mir ne Hand, Ricky. Äh. Wo geht's hier hoch, da? Wir drei Musketiere. Es geht hier irgendwo hoch, noch? Äh. Jaja. Man sollte mit dem Eimer wo oben hinspringen. Guck. Lass mich los. Aber Merk, wir müssen auf die anderen warten, hier. Ja. Lass mich los. Ah, da muss mich hoch. Lass mich jetzt los. Danke. Geht es weit. Ich hör' dir die Kinder des Monsieur Mathieu. Ah, ne. Ihr habt die Musik... Ja, hier auch. Genau. Ich hör' die Kinder des Monsieur Mathieu. Wo sind die anderen da unten? Die sind dann unterwegs. Ah, ja. Ich seh' euch. Da wobbeln die nackten Leute. Okay. Zombie hat seinen privaten Browser geöffnet. Meine Augen? Ja. Okay. Weiß ich noch nicht, wie du das heutzutage nennst. Mori? Bist bestimmt so perverser. Oh, oh, oh! Oh mein Gott, das kippt. Und nun... Habt ihr einen neuen Checkpoint eigentlich? Wir können jetzt doch drüber laufen, glaub' ich, oder? Achso, ja. Ne, ist rutschig. Okay, du machst das, Mogi. Du schaffst es? Äh, ja, ich... Ich hab' die körperlich gesteckt, die dafür nötig ist. Das ist ja unglaublich rutschig. Äh, wo... wo ist Mogi? Oh, ich schaff' das sogar wirklich. Wie ist er da rüber gekommen? Ich schau' mal auf den neuen Checkpoint. Vorsicht! Oh! Zommel wurde begraben. Okay, du guck' auf einmal, wenn ich mir so ein steiles Gesicht... Du warst gerade in der falschen Zeit am falschen Ort. Ah. Hallo? Warte mal, wo seid ihr denn schon? Yeah! Wir sind hier... Oh, oh! Ah! Oh Gott! Hab dich... Da drüben ist noch eins. Ich mag diese umkippten Teile. Puli, komm mit. Ich kann nur noch mal resetten, dass alle die machen können. Ah, im Loch hier. Und wir kriegen Checkpoint. Oh mein Gott, was geht da hinten eigentlich vor? Haben wir schon Checkpoint? Ne. Okay, dann bleib' ich hier stehen. Hey, wir sind alle wieder da! Let's go! Ihr dürft auch die lustigen Steine machen. Ja, die sind ziemlich lustig, die Steine. Wir brauchen aber den Eimer von da oben. Siehst du, der da wird gleich runterfallen. Genau das war's! Wirklich! Ey, das soll ich doch machen, oder nicht? So, Puli, was machst du jetzt da mit dem großen Stein? Ich hab echt gesagt, keine Ahnung. Ich hab echt gesagt, keine Ahnung. Möcht' ich einfach runterrollen? Du könntest auch ne, äh, ne Spitzhacke machen. Joa. Komm schon, beweg dich! Immer schön aus den Knien, Puli. Zombie, wie musst du schon fast noch mal vom Stein überrollen? Nicht außen rücken! Ich mach' hier hoch mit! Oh, oh! Damit hab' ich ne Brücke gebaut! Uh, das hätt' ich faszin' sein können! Ach so, der rollt hier immerhin! Nein, Ricky, nein! Wir nehmen den mit! Nein, der muss dagegen rollen! Bei mir ist er da links irgendwo dann festgesteckt. Wir können aber den letzten Stein zusammendecken! Ja, mein Komme! Ricky! Hilfe! Der ist mit runden, der Mann! Nein! Dann kannst du den Stein noch mal hochlaufen. Johnny, komm' auch hoch! Ricky, hör' mir zu! Hör' mir zu, Ricky! Du bist ein guter Freund von mir, vergiss' das nie! Komm' auch hoch, Mogi! Mogi, Ricky, kommt auch hoch! Wir müssen den letzten Stein alles zusammennehmen! Willst du dich prügeln oder was? Eh! Willst du dich prügeln? Eh! Ja, die Betrogenen kommen auch hoch! Let's go! Ich teile jetzt gegen euch aus hier! Muss man da hoch, Fully? Ja, genau! Ja! Irgendwie! Du bist so weit weggeflogen! Oh, Mogi, ey! Du bist so weit weggeflogen! Da hat jemand ein Momentum gehabt! Irgendwie ein bisschen gesprungen! Irgendwie ein bisschen gesprungen! Das sieht so lustig aus! Das wird wohl deshalb in die Flügel verliehen! Machen wir dann dieses A-D-Action, ja? So kannst du auch beim Laufen richtig die Speed aufbauen! Richtig Speedrun mäßig kannst du sein! Was will ich los? Olli? Willst du dich prügeln, alter Mann? Komm her, du! Komm her! Schaffst du's, Rigi? Ja, ich glaub! Ah! Ich mach hoch! Er hat's ja nicht geschafft! Aua! Mann, Oh! Okay! Auf drei, Leute! Alle an den Stein! Ich springe ganz rechts hin! Eins! Zwei! Drei! Okay! Oh Gott! Johnny! Oh Gott, Johnny! Au! Ah! Es sah ein bisschen schmerzhaft aus, aber danke, dass du mich gefangen hast! Kein Problem! Da ist das Ziel! Hinter diesem Tor! Ich will die Munition sein! Ich weiß genau, wo ich hinbrimme! Da wollte ich rein! Komm rein! Oh, der Stonehenge! Oh, sehr gut! Ich mach mich klein! Shit! Oh nein, Fully! Ist da oben was? Oh nein! Steine! Raum und Steine! Ich weiß doch auch nicht, was hier gerade passiert ist! Dann kann man bestimmt umwerfen, irgendwie! Los, Maeve! Und? Los geht's! Wahrscheinlich eher mal ein Katapult! Ja, da dran! Sollen wir zusammen mal packen? Äh! Ich bin schon wieder unten! Wiiiiiii! Ich bin an der Brücke! Ich hab die Brücke, Jungs! Ich hab die Brücke! Ja! Der ist voll erschlagen worden! Au! Au! Aua! Ich blute! Aber das ist ein Brett rausgebrochen! Ah ne, was ist die Farbe! Die Burg steht und da hat ein Attack! Hier ist ein Brett rausgebrochen! Nein! Müssten wir wieder das Tor irgendwie verbiegen? Einstimmig ran? Ne, das hat querstreben! Super Fully! Das funktioniert nicht! Und jetzt Fully? Ja! Ruf mit ihm! Ich weiß nicht, wie ich mich noch mag! Kann auch erst mal zur Brücke wieder das hin tragen! Wir schaffen das! Ich dachte, damit wollen wir Stonehenge einreißen oder so! Ich hab gerade meinen Hut gepackt! Hä? Achso! Ja, hätten wir auch machen können! Warte, ich bin von unten gegen dich, Maeve einfach! Oder so! Oder die Jungs kommen! Müssen wir irgendwie da reinhebeln! Oh! 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 Wie gut haben wir das? Oh mein Gott! Ja! Nein! Nein! Was? Ihr habt's! Ihr habt's! Ihr habt's! So ist gut! Ich dachte, sie fallen ab runter, aber es war nur ein Meter! Macht ohne mich weiter! Ich glaub's nicht, dass das ist! Alter, wie stark! Ich dachte, ich würde tiefer fallen, Ricky! Wie sie hochwatscheln alle! Wir passen nicht durch, oder? Doch! Oh! Es rutscht! Ich halt's fest! Ich bin außen runtergefallen! Nein! Ich fand's Ziel! Oh mein Gott, ich fand's Ziel! Maeve ist ins Ziel gelaufen! Ja! Nein! Es ist zum nächsten Mal heute! Es ist dir gefallen! Ja, das ist einfach so eine Fallgrube, die aufgeht! Maeve ist draufgetreten! Ich wurde gefangen genommen und dann ist der Boden weggefallen! Bis zum nächsten Mal! Beim nächsten Mal haben wir ein Boot fuhren! Yeah! Oh nein! Tschüß! Oh nein! Tschüß! 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 Tschüß!